Es war im Jahr 2012, als das Kolping Berufsbildungswerk Kettstedt einen Hofladen, den Markt am Kupferkreise etablierte. Neben Kuchen, Würstchen und Getränken, die hier gerade von Frau Pester verkauft werden, bietet der kleine Markt noch vieles mehr. Zum Beispiel Wurst, Brot und Brötchen sowie regionalen Wein, um nur einiges zu nennen. Auch Geschäftsführer und Gesamtleiter Markus Väusner ist zufrieden mit der Resonanz aus Kettstedt und Umgebung. Er erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben ganz viele Produkte aus unserem Gartenbau, aus unserer Bäckerei und auch regionale Produkte. Und natürlich unsere ganz tollen Weihnachtsstelle. Über 10.000 an der Zahl in den verschiedensten Farben werden hier produziert und ab heute eigentlich auch schon verkauft. Und ich möchte auch darauf hinweisen und herzlich alle einladen zu unserem Adventsmarkt am 1. Dezember. Ab 12 Uhr geht es mit dem Kulturprogramm los und zwei Tage davor geht es auch schon los mit dem Weihnachtsbaumverkauf. Also da gibt es ganz, ganz frisch geschlagene Kolping-Weihnachtsbäume, die hier zu erwerben sind. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, wer noch nicht weiß, was es zu Weihnachten zu essen gibt. Wir haben auch wieder in Rollsdorf über 200 Gänse, die auf Abnehmer warten und die regional erzeugt sind und natürlich auch ganz hervorragend munnen. Und Stollen? Stollen, genau. Der war bis jetzt im Bergwerk. Er ist in dieser Woche ans Tageslicht befördert worden. Und der wird natürlich, der original Mannsfelder Bergwerkstolle gibt es an diesem Tag auch hier zu kaufen. Und auch die Genussbox Mannsfeld Südharz wird ab sofort im Markt am Kupferkreisel angeboten. Für das Gemeinschaftsprojekt von Landkreis, Kreisbauernverband, der SMG und der Agrarmarketinggesellschaft konnte das Kolping-Berufsbildungswerk als neuer Dienstleister gewonnen werden. So erhielt die Kolping-Inklusionswerkstatt den Auftrag, die Box mit regionalen Produkten zu bestücken. Ja, also die Genussbox Mannsfeld Südharz gibt es ab nun, ab jetzt bei den Kolping-Werken in Hedstedt am Kupferkreisel. Sie können die Genussbox Mannsfeld Südharz weiterhin bestellen, auch online auf genussbox-msh.de. Und Sie können sie ab jetzt auch sich zuschicken lassen und können damit auch Ihrer Verwandtschaft ein schönes Geschenk machen. Gibt es ja nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr? Das ganze Jahr, aber natürlich zu Weihnachten eignet sich das natürlich als Präsent. Und Sie können immer ein kleines Stück Mannsfeld Südharz mit verschenken. Wie ist die Zusammensetzung? Hat sich da was geändert oder alles beim Alten? Es ist nicht alles beim Alten, sondern wir haben zehn Produkte ausgewählt aus der Region von Wein über Kekse, Friebie-Kekse hin zum Malzit. Sodass man wirklich einen Querschnitt über unseren Landkreis hat, was man aus unserem Landkreis eigentlich erwartet. Und insofern werden immer dieselben Produkte drin, dass Sie, wenn Sie das bestellen, die Genussbox auch immer dieselbe Qualität haben. Selbstverständlich wird die beliebte Box auch zum Kolping-Weihnachtsmarkt am 1. Dezember angeboten. Das ist ruhig. Wir sehen uns beim Charakteristischen Kommuniksaatoren. Ich finde es nicht wirklich idiрать. Es wird durch und libernd Kl возду schynamisch gesunken.